Die Möglichkeit Nabelschnurblutstammzellen aufzubewahren gibt es nur einmal im Leben, bei der Geburt. Für Sie ist die Aufbewahrung der Stammzellen ganz einfach. Zunächst beauftragen Sie Ethikur. Am besten online einige Wochen vor dem Geburtstermin. Wählen Sie für die Geburt eine der vielen Kliniken, die mit Ethikur kooperieren. Sie erhalten ca. 5 Wochen vor dem Termin die Entnahmebox per Kurier. Nehmen Sie die Box mit in die Klinik und übergeben Sie diese am Tag der Entbindung Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme. Endlich der Moment, auf den Sie so lange gewartet haben. Ihr Baby ist da. Nach der Abnabelung entnimmt der Arzt oder die Hebamme das Nabelschnurblut. Im Anschluss beauftragt das Klinikpersonal den Kurier. Dieser bringt das Blut umgehend ins Labor der Stammzellbank. Hier werden die jungen und vitalen Stammzellen von den restlichen Blutbestandteilen separiert und eingefroren. In den nächsten Wochen erfolgen dann umfangreiche Qualitätsuntersuchungen. Nach erfolgreichem Abschluss aller Testungen erhalten Sie das Zertifikat. Für weitere Informationen beraten wir Sie gerne am Telefon. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.